hey leute ich bin's bandboy und willkommen zu einer folge let's hack auf hypixel mit den shell client wir spielen übrigens skywars im insane mode ist eigentlich relativ unwichtig und ja wir spielen einen mit einem geliebten shell client und das ist mein erstes video und ich möchte mich hier so ein bisschen vorstellen und was ich hier mache und warum ich jetzt sechs bringe und vor allem auch warum ich mit einem geliebten client spiele das möchte ich halt hier beantworten und wir sind hier gerade mal die insel rüber geflogen da haben wir den sehr schön ja also fangen wir an ich heiße ollie habe jetzt diesen kanal bandboy und ja ich habe ja die themen schon gesagt worüber sprechen werde und das erste wäre warum ich jetzt hacke zwar liegt das daran dass ich einfach minecraft legend keinen spaß mehr habe legend zu spielen das macht mir echt keinen spaß mehr das liegt auch nicht daran dass ich jetzt schlecht bin oder so ich weiß dass ich selbst nicht der beste bin aber ich habe davor auch schon ziemlich lange minecraft gespielt und ich hacke eigentlich nur weil es mir spaß macht und wenn mir minecraft legend keinen spaß mehr macht dann bringe ich das auch nicht mehr in zukunft aber ja habe übrigens den spam an und so die killer die schöne geht gut geht ziemlich gut muss ich sagen und ja also das ist mein neuer hack kanal ich habe noch einen legend kanal aber ich möchte den content teil trennen auf meinem legend kanal habe ich fast 400 abonnenten und hier fange ich halt von null an und ja wir haben gewonnen und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde tschüss so da sind wir in der nächsten runde ein paar themen habe ich jetzt ja schon angesprochen und ja wir spielen übrigens wieder skywars wieder im insane mode und ja wie gesagt ich gebe mir auf diesem kanal hier richtig viel mühe dass der dass diese let's hacks die ich bringe dass es spaß macht die anzugucken und vor allem möchte ich das halt alles in auch in einer guten qualität bringen ich hoffe dass euch die videos gefallen wenn sie euch nicht gefallen dann schreibt mir mal warum die euch nicht gefallen und ja wir spielen gerade übrigens mit dem einem geleakten client weil ich nicht weiß ob ich hacken werde noch in zukunft und ich habe keine lust geld auszugeben für etwas was ich in zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr brauche ich finde es allgemein schon relativ fragwürdig warum man geld für einen hack verlangt aber ich also ich schätze die arbeit aber keine ahnung ist es ja letzten endes nur ein blogspiel und vielleicht hole ich mir ja auch kleines in zukunft wenn die jetzt nicht so überteuert sind weil ich habe jetzt einfach nicht ein geld für einen cheat in einem blogspiel zu holen also jetzt noch nicht vielleicht ist es in zukunft anders so und das ist der xl gegner aber den sollten wir auch kriegen so haben wir geht relativ cool wir fliegen ja einfach von insel zu insel und killen ja alle kann das weitergehen finde ich und ja also das sind so die themen die ich habe ich möchte auch gleich mal was sagen zu anfang und zwar kann ich nichts programmieren ich bin kein java developer ich habe es voranzufangen ich habe beziehungsweise schon angefangen so standard kram zu lernen den ich mittlerweile vergessen habe weil html weil ich jetzt html gelernt habe eine zeit lang html und css und ja ich möchte jetzt ein wenig java lernen oder c++ oder php und ich kann gucken was sich da für mich am besten lohnt und das war der letzte gegner und ja das war es eigentlich wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn nicht dann lasst ein like da und ich würde sagen tschüss Leute bis zum nächsten Video